Ich werde jetzt nicht erzählen, wie es zum Euro gekommen ist. Ich werde es nicht historisch erzählen, sondern tatsächlich nur von der Sache selber her, was Antonella schon gesagt hat. Was ist denn eigentlich der Sinn, was ist der Zweck des Euro, wozu haben die europäischen Staaten ihn eingerichtet? Seit zwei Jahren, seit drei Jahren gibt es jetzt eine sogenannte Euro-Krise. Im Zuge dieser Euro-Krise hat die Eurozone ihre Verträge umgeschrieben, hat sich einen Fiskalpakt gegeben, hat sich Schuldenbremsen gegeben, Parlamente wurden umgangen, Verfassungen ausgehebelt, flächendeckend wurden in Südeuropa die Löhne gesenkt, Sozialleistungen wurden gestrichen, Milliarden Hilfsprogramme wurden aufgelegt und so weiter und so weiter. Man hat das alles lesen können, alles zu dem Sinn, alles zu dem Zweck, den Euro zu retten, denn wie Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt, Europa scheitert, wenn der Euro scheitert, Europa gewinnt, wenn der Euro gewinnt. Das ist die offizielle Haltung der bundesdeutschen Politik. Es gibt eine Minderheitsmeinung, hier vertreten von Thilo Sarrazin, ehemals Finanzminister in Berlin und Bundesbanker, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Europa braucht den Euro nicht. Europa scheitert, wenn der Euro scheitert versus Europa braucht den Euro nicht. Auf der Ebene lässt sich das Problem gar nicht verhandeln, sondern wir kommen, es läuft auf die Frage hinaus, wozu braucht Europa den Euro? Ich sage gleich vorab, der Euro selber als Projekt lässt sich eigentlich nicht für sich verstehen, sondern nur als Teil eines Gesamtprogramms der europäischen Staaten. Dieses Programm der europäischen Staaten hatte seinen Ausgangspunkt nach dem Zweiten Weltkrieg und in den Ergebnissen des Zweiten Weltkriegs. Es gab die Kriegsverlierer, Deutschland, Italien, Österreich und selbst die Kriegsgewinner wie Großbritannien oder Frankreich waren geschlagen, waren finanziell mehr oder weniger ruiniert. Ihre Goldschätze lagen in den USA und sie waren in den USA hoch verschuldet. Sie waren zurückgestuft auf Mittelmächte, auf schwächere Staaten, eingeklemmt zwischen den beiden großen Blöcken USA und Sowjetunion. Aus dieser Situation heraus haben sie den Beschluss gefasst oder sind sie zu dem Beschluss gekommen, dass um auf der Welt wieder mehr zu gelten, müssen sie sich zusammentun. Maßstab der europäischen Staaten waren dabei die USA. Ich lese mal ein Zitat vor von Jean Monnet, ein Franzose, der sich um die europäische Sache verdient gemacht hat, Ehrenbürger Europas. Ich glaube der einzige, außer Helmut Kohl, begraben im Pantheon, wo die Franzosen ihre Nationalheiligen begraben. Der hat schon 1947 gesagt, die Macht der westeuropäischen Staaten zu stärken, um damit den neuen Weltverhältnissen gewachsen zu sein und um der Gefahr begegnen zu können, die uns von der amerikanischen Supermacht droht. Dafür muss eine wirkliche Gegenmacht geschaffen werden, die nur die endgültige Vereinigung Europas möglich machen kann. Das ist das Programm gegen die Supermacht USA, eine Vereinigung der europäischen Staaten. Daraus folgte für die europäischen Staaten ein Programm, das nicht offiziell so kodifiziert ist, das es aber gibt, das durchgeführt wird. Dieses Programm hat drei Schritte. Der erste Schritt ist, den größten Markt der Welt zu kontrollieren. Das hat die EU geschafft. Der EU-Binnenmarkt ist der größte Markt der Welt. Der zweite Schritt wäre, die größte Währung der Welt zu haben. Da ist man zumindest am Versuchen. Und der dritte Schritt, da hat sich noch nicht zu viel getan, einiges schon, aber der dritte Schritt wäre, das größte Militär der Welt zu haben. In diesen drei Schritten könnte man zu den USA aufschließen. Wir sind heute beim zweiten Punkt, der größten Währung der Welt. Warum gibt es die? Warum haben die europäischen Staaten den Euro eingeführt? Es gibt offizielle Gründe, die genannt werden. Das kann man lesen auf der Seite des Bundesfinanzministeriums zum Beispiel oder auch an anderen Orten. Gemäß dieser Quelle, gemäß offiziellen Quellen, die auch vor der Euro-Einführung genannt wurden, hat der Euro vor allen Dingen drei wesentliche Gründe. Der erste Grund, der immer wieder gerne genannt wurde, war, dass man, wenn man auf Reisen geht, nicht umtauschen muss. Sprich, das war immer der berühmte deutsche Tourist in Paris, der seine D-Mark nicht mehr in französische Franc umtauschen muss, sondern gleich in Euro zahlen kann. Also, das ist auf jeden Fall was Gutes für die Touristen der Euro. Der zweite Grund war, dass ein internationaler Preisvergleich leichter möglich wäre. Das bezieht sich darauf, dass wenn eine Ware in Deutschland 35 Mark kostet und in Frankreich 150 Franc, dann muss man immer erst mal umrechnen, um zu wissen, welche Ware ist denn teurer und welche ist billiger. Wenn man den Euro einführt, eine gemeinsame Währung hat, dann lässt sich gleich sehen, wo gibt es was billig. Der dritte Grund, geringere Transaktionskosten für Unternehmen. Das bezieht sich einfach darauf, dass Unternehmen innerhalb Europas keine Abwertungen mehr fürchten müssen. Macht man ein Beispiel, dass Daimler oder so verkauft ein Auto in Frankreich für 100.000 Franc, dann ist immer noch relativ unsicher, wie viel Daimler damit eingenommen hat, denn man muss die Franc ja in D-Mark zurücktauschen und wie viel diese 100.000 Franc dann wert sind, hängt eben am Wechselkurs D-Mark zu Franc und der kann schwanken, zum Beispiel. Oder ein deutsches Unternehmen investiert in Frankreich und muss dann immer fürchten, dass durch eine Abwertung des Francs seine Investition sich entwertet. Gut, um sich gegen solche Abwertungsrisiken abzusichern, können Unternehmen Wechselkurssicherungsgeschäfte machen. Das kostet sie allerdings Geld. Mit der Einführung des Euro sind solche Absicherungsgeschäfte nicht mehr nötig. Das sind die drei wesentlichen Gründe, die für den Euro genannt werden. In der Summe heißt das lediglich, der Euro macht das grenzüberschreitende Kaufen und Verkaufen leichter. Wenn das alles wäre, dann müsste man sich schon fragen, warum ist jetzt die Konkurrenz zum Dollar so wichtig? Das wird nämlich auch immer nochmal genannt. Mit dem Euro wird eine Währung geschaffen, die es mit dem Dollar auf sich aufnehmen kann. Warum? Wozu? Die Vorteile stehen doch alle da. Was soll der Bezug zum Dollar? Vor allen Dingen aber bleibt die Frage, wenn das so wahnsinnig praktisch ist, dass Länder ihre Währungen zusammenlegen, dass sie eine Währung einführen, dass sie ihre eigenen Währungen abschaffen. Wenn das so unglaublich praktisch sein soll, dann stellt sich vor allen Dingen aber mal die Frage, warum gibt es denn überhaupt so viele Währungen? Das könnte man doch alle Länder machen, wenn das so wahnsinnig praktisch wäre. Eine Währung ist also schon ein bisschen was anderes als bloß ein prima Mittel zum Kaufen und Verkaufen. Das sieht man spätestens derzeit in den Zeitungen, wo mal wieder vom Währungskrieg die Rede ist. Permanent werden in Wechselkursen Länder verglichen, Währungen verglichen und es kommt anscheinend immer sehr darauf an, wie ihre Verhältnisse sind. Genau, also eine Währung muss schon ein bisschen mehr sein als bloß etwas, wo man im Ausland praktisch einkaufen kann oder über die Grenzen hinweg Preise vergleichen kann. Also schaut man sich an, was ist denn eine Währung, beziehungsweise was haben sich die Euro-Staaten denn mit dem Euro eigentlich geschaffen? Dazu muss man sich angucken, was eine Währung eigentlich ist. Was ist so eine Währung? Ich kann mir mal, ich habe eine dabei. Was ist das? Das kann man sich ja fragen, was ist das? Das ist primär mal ein Papierzettel, der bedruckt worden ist, der allerdings, man weiß es, hierzulande und auch in anderen Ländern Zahlungsmittel ist, Geldfunktionen ausübt. Woher kann dieser Papierzettel das? Weil er ist ja wirklich nur ein Papierzettel. Das kann er deswegen, weil der Staat sagt, so ist es. Das ist der ganze Grund dafür, dass so ein Papierzettel Geldfunktionen ausübt. Der Staat sagt irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt, das ist das Geld, das ist das Geld dieser Gesellschaft. Mit diesem Geld kann hier bezahlt werden. Dieses Geld muss angenommen werden, wenn jemand etwas verkauft. Mit diesem Geld kann investiert werden. Dieser Zettel ist in diesem Land Ausdruck kapitalistischen Reichtums. Hinter diesem Papierzettel steht also erstmal nichts weiter als die Macht des Staates. Und er druckt sich, dieses Geld. Dieser Zettel ist also in doppelter Hinsicht Ausdruck der staatlichen Macht, der staatlichen Souveränität. Nämlich erstens, weil hinter diesem Zettel nichts weiter steht als erstmal die Macht des Staates, der dieses Geld innerhalb seiner Grenzen durchsetzt als Geld. Er sagt, damit wird hier bezahlt. Und zweitens, weil der Staat sich dieses Geld selber drucken kann, er kann souverän sich mit Zahlungsfähigkeit ausstatten. Er druckt es einfach und hat damit Zahlungsmittel und kann damit etwas einkaufen gehen, wenn er will. Hinter diesem Geld, hinter diesem Zettel steht die Macht des Staates und damit steht und fällt die Potenz dieses Geldes eben auch mit der Macht des Staates. Weil hinter diesem Geld die Souveränität und die Macht des Staates steht, sind diese Gelder auch immer mit Symbolen nationaler Größe bedruckt. Da sind meistens Dichter drauf oder Schlachtschiffe oder gewonnene Schlachten oder Bauwerke, Köpfe von großen Staatsführern, Symbole staatlicher Macht und Herrlichkeit sind da drauf zu sehen. Nach innen, in seinem Staatsgebiet, innerhalb seines Staatsgebiets, kann ein Staat dekretieren, dass dieses Geld hier gilt. Und innerhalb seiner Landesgrenzen kann er das durchsetzen als das Zahlungsmittel, was dort allein gilt. Jenseits seiner Grenzen ist es was anderes. Da gibt es andere Souveräne, da gibt es andere Regierungen, die ihr Geld haben. Und dann kommt es nochmal sehr darauf an, ob so ein nationales Geld auch im Ausland als Geld akzeptiert wird. Dazu müssen sich Staaten zusammensetzen, den Vergleich der Währungen zulassen. Dieser Vergleich der Währungen ist heutzutage den Finanzmärkten überlassen. Und im Wechselkurs oder im Vergleich der Währungen wird ein permanenter Vergleich angestellt zwischen den einzelnen Ländern, also zwischen ihren Geldern, zwischen der ökonomischen und politischen Macht der Staaten, die dieses Geld ausgeben. Sprich, der Währungsvergleich ist nichts weiter als ein permanenter Leistungsvergleich zwischen einzelnen kapitalistischen Standorten und ihrer Potenz. Da ist es kein Wunder, dass zwar alle Staaten Geld drucken, alle Staaten nehmen Papier, drucken was drauf und sagen, das ist Geld. Das aber, wenn man es sich weltweit anguckt, sehr unterschiedliche Gelder dabei rauskommen. International gesehen, wenn man sich die ganzen Währungen anguckt, ist Geld keineswegs gleich Geld. Es gibt Gelder, die gelten weltweit und es gibt Gelder, die erfüllen nur sehr beschränkt Geldfunktionen. Nehmen wir mal den am unteren Ende der Stufenleiter. Am unteren Ende der Stufenleiter steht zum Beispiel Samya. Samya hat eine Währung. Weiß irgendjemand, wie die heißt? Das ist kein Zufall. Diese Währung heißt Quatscher. Das ist der Quatscher. Der Quatscher, der große Dichter, nee es ist kein großer Dichter, aber auch hier ist es wie in allen Ländern üblich, mit bestimmten Dingen bedruckt, die man sich gerne wünscht. Man hat den Löwen als Symbol der Stärke. Man hat eine Pflanze, das machen alle Staaten gerne, weil die Pflanze Wachstum ausdrückt und um Wachstum soll es ja letztlich gehen. Und man hat als drittes wesentliches Symbol einen Sklaven, der seine Ketten zerbricht. Das ist das Symbol für die staatliche Souveränität. Jetzt hat er sich dieses Symbol für die Freiheit, die zerbrochenen Ketten, hat sich der Staat auf seinen Währungen gedruckt. Die ökonomische Freiheit, die ihm dieses Geld bietet, ist aber äußerst begrenzt. Denn hinter dem Quatscher steht lediglich ein kleines Land, ein ökonomisch schwaches Land, das im Wesentlichen abhängig ist vom Kupferpreis, weil dieses Land im Wesentlichen Kupfer produziert und exportiert. Die Folge davon ist, der Quatscher gilt schon als Geld, aber eben nur in Sambia. International hat der Quatscher keine Geltung. Das hat Folgen. Wenn zum Beispiel ein sambisches Unternehmen in den USA einen Computer oder irgendwo auf der Welt einen Computer kaufen will, dann kann es nicht mit Quatscher zahlen, sondern muss sich Dollar besorgen. Wenn ein sambisches Unternehmen in Ägypten eine Fabrik aufbauen will, da investieren will, dann muss es sich Dollar besorgen. Da kann es das nicht mit Quatscher tun, weil Quatscher werden nicht akzeptiert. Wenn der sambische Staat Erdöl kaufen will, dann muss er sich Dollar besorgen. Wenn ein sambisches Unternehmen Investoren weltweit sucht und sagt, kommt doch nach Sambia, investiert hier, dann sagt ein Investor höchstwahrscheinlich keine Lust, weil das würde ja bedeuten, dass ich in Quatscher gehen muss, dass ich in Quatscher investieren muss und das ist mir zu riskant. Es gibt schon Investoren in Sambia. Nestlé zum Beispiel verkauft ganz bestimmt sein Milchpulver dort. Aber Nestlé vollführt folgende Bewegungen in seinem Geschäft. Die haben dann Dollar oder Euro und so, tauschen das um in Quatscher, investieren dann vor Ort, bezahlen da ihre Arbeitskräfte, bezahlen da ihre Miete, verkaufen da ihre Waren, nehmen Quatscher ein und tauschen das gleich zurück. In Dollar oder in Euro, das wird ihnen vom sambischen Staat garantiert, dass sie das können. Sprich, der Quatscher ist lediglich ein Durchgangsstadium für einen Konzern wie einen ausländischen Konzern wie Nestlé. Er hält seinen Reichtum nicht in Quatscher fest, sondern Ausgangspunkt ist der Dollar oder der Euro und der Endpunkt ist wieder der Dollar oder der Euro. Auch Nestlé macht quasi GWG Strich für Marxgebildete. Aber am Anfang steht der Euro oder der Dollar und am Ende steht der Euro oder der Dollar. Das sambische Geld ist nur ein Durchgangsstadium. Der Quatscher gilt international kaum als Geld. Es ist damit ein sehr beschränktes Mittel für den sambischen Staat und die sambischen Unternehmen. Und damit steht ein Geld wie der Quatscher ganz am Ende der Stufenleiter. Am anderen Ende der Stufenleiter haben wir das. Das ist Geld. Das ist der US-Dollar. Der US-Dollar ist Geld weltweit. Wer ihn hat, kann weltweit damit einkaufen. Wer ihn hat, kann weltweit investieren. Wer ihn hat, bekommt weltweit Kredit, weil alle Welt den Dollar halten möchte. Wer ihn hat, bekommt weltweit Kapital. Wer investiert in den USA, also wenn ein amerikanisches Unternehmen nach Investoren sucht, findet es die leicht, weil alle Investoren gerne in den Dollar gehen wollen. Der Dollar wird weltweit als Devisenschatz gehalten. Große Teile des Weltmarkts laufen über Dollar. Der Ölmarkt zum Beispiel. Der Dollar wird also überall weltweit benutzt. Er wird überall nachgefragt. Das ist für die USA ungefähr so, als hätten sie den Stein der Weisen gefunden. Denn sie können den Dollar drucken. Sie drucken ihn und drucken damit weltweit gültiges Zahlungsmittel. Das wollten die Europäer auch. Das wollten sie auch. Das ist der ganze Grund für den Euro. Die europäischen Staaten hatten schon Währungen. Die waren schon ein bisschen mehr als der Quatscher. Sie hatten Drachme, sie hatten Escudo, sie hatten Peseten, Gulden, Franc und so weiter. Aber auch diese Gelder hatten eine beschränkte Gültigkeit. Wenn man in Lire investierte zum Beispiel, war immer noch sehr die Frage, wie viel Dollar oder wie viel D-Mark ist das denn? Viele Währungen in Europa waren abwertungsgefährdet. Sie galten weltweit nur bedingt als Geld. Und übrigens gilt das auch für die D-Mark. Ich war mal Ende der 80er Jahre, habe ich mal einige Monate in Nigeria gearbeitet. Ich bin mit meiner D-Mark in eine Bank gegangen und wollte die D-Mark in Naira umtauschen. Die haben mich gefragt, was ich denn hier anbringe mit der D-Mark. Die wollten sie nicht haben, sie wollten Dollar haben. Und wie jeder Weltreisende weiß, dass man in allen möglichen Ländern der Welt immer kleine Dollarnoten dabei haben sollte, weil die bieten immer und überall, sind immer und überall Zahlungsfähigkeit. Die europäischen Staaten hatten zwar Währungen, die waren nicht schlecht, aber ihre Werte waren schwankend. Und für das globale Kapital waren diese Währungen daher nur bedingt attraktiv. Bedingt attraktiv als Anlagesphäre, schon besser als der Quatscher, aber nicht so gut wie der Dollar. Diese lokale Beschränktheit und diese qualitative Beschränktheit, dass diese Gelder Lira, Escudo, Peseta nur lokal unbedingt als Geld galten und auch nur bedingt als Geld galten, nicht weltweit. Diese lokale und qualitative Beschränktheit wollten die europäischen Staaten abstreifen. Sie haben deswegen ihre Währungen zusammengelegt und haben damit dem globalen Kapital ein Riesenangebot gemacht. Sie haben das Angebot gemacht, wir legen unsere Potenzen zusammen. Wir bilden eine, wir gründen eine Weltwährung, die nennen wir Euro. Hinter diesem Euro steht der zweitgrößte Wirtschaftsraum der Welt. Hinter diesem Euro stehen einige der potentesten Staaten der Welt. Wir vergemeinschaften unsere Potenzen, wir vergemeinschaften unseren Kredit und stehen gemeinsam für den Euro gerade. Das sollte für das internationale Kapital, es gibt noch einen zweiten Grund für den Euro, aber jetzt erstmal der, das sollte für das internationale Kapital, war ein großes Angebot, weil ihm quasi gesagt wurde, komm nach Europa, lege im Euro an, damit bist du auf der sicheren Seite. Dass so eine große Währung wie der Euro, oder wenn man sich überlegt, worum geht denn die weltweite Konkurrenz? Also die Konkurrenz um den Weltmarkt. Klar, für Unternehmen geht die um Marktanteile, Konkurrenten aus dem Feld stechen, wie sagt man, aus dem Feld werfen, schlagen, aus dem Feld stechen, für Standorte, für Länder geht es darum, dass auf ihrem Staatsgebiet möglichst viel Wachstum, möglichst viel lohnendes Geschäft stattfindet. Für Standorte geht es darum, Kapital anzuziehen. In diesem Wunsch, weltweites Kapital anzuziehen, als Anlagesphäre für globales Kapital zu dienen, oder Anlagesphäre für globales Kapital zu sein, ist der Euro ein tolles Mittel, weil dem globalen Kapital quasi gesagt wird, komm nach Europa, du kriegst einen riesigen Markt und du kriegst eine sichere Währung und du kriegst eine sichere Währung. Ziel dieser Euro, Ziel dieser Euro-Einführung oder mit dem Euro sollte ein Geld geschaffen werden, das global per se Geld ist, und zwar nicht in Bezug auf den Dollar. Die D-Mark hatte immer, zum Beispiel die D-Mark selbst als stärkste Währung, oder sagen wir so, europäische Währungen wie die Lira hatten ihre Geltung zu einem großen Teil dadurch, dass sie fest an die D-Mark angekoppelt waren. Die Lira galt als Geld, weil sie umtauschbar war in D-Mark. Die europäischen Staaten hatten zwischen ihren einzelnen Währungen feste Wechselkurse etabliert, sagen wir, 1.000 Lira sind eine D-Mark und dadurch sollte die Lira vertrauenswürdig werden, weil sie doch jederzeit umtauschbar in D-Mark ist. Die Lira galt gar nicht überall per se als Geld, sondern nur, weil sie umtauschbar war in die D-Mark. Das galt für die anderen europäischen Staaten auch. Die D-Mark wiederum musste sich permanent immer am Dollar messen. Auch der Wert der D-Mark international gesehen hing immer davon ab, wie viel Dollar ist denn eine D-Mark wert. Zwar hat die D-Mark in diesem Verhältnis permanent aufgewertet, musste sich aber permanent am Dollar messen. Wie gut ist die D-Mark? Das hängt ab davon, wie viel Dollar sie wert ist, weil der Dollar letztgültiger Ausdruck kapitalistischen Reichtums auf dem Globus ist. Das wollten sie abstreifen. Sie wollten nicht mehr sagen, unsere Gelder sind etwas wert, sind vertrauenswürdig, sind solide, weil man sie in Dollar umtauschen kann, sondern die europäischen Länder wollten sagen, wir gründen eine Währung, die ist per se Geld und muss sich an gar nichts mehr messen. Diesen Anspruch haben sie ausgedrückt in der Art und Weise, wie sie den Wechselkurs formuliert haben. Nur in der Art und Weise, wie sie ihn aufgeschrieben haben. So war das früher. Ein US-Dollar ist gleich 1,50 Mark, 5 Fron, 1.600 Lire und so weiter und so fort. Der Dollar ist das Konstante, alle anderen sind die Variablen. Alle Währungen messen sich am Dollar. Wenn man sich anguckt, wie heute die Währungen gemessen werden, dann ist das, und das ist bloß eine Festlegung, die die europäischen Staaten gemacht haben, aber sie drücken damit den Anspruch aus, alles misst sich am Euro. Ein Euro ist gleich 1,30 Dollar. Ein Euro ist gleich so und so viel Yen, so und so viel Pfund, so und so viel weiß ich nicht was. Sie haben einfach die Gleichung umgedreht, haben den Euro nach vorne gesetzt und haben quasi damit zum Ausdruck bringen wollen, der Euro ist Geld per se, ist Zahlungsfähigkeit per se und alle anderen Währungen sollen sich am Euro messen. Das ist zumindest der Anspruch, den die Europäer damit formuliert haben. Was hat man davon, wenn man so ein tolles Geld ist? Wenn man so ein tolles Geld hat, man kann weltweit investieren. Europäische Unternehmen können weltweit investieren. Sie können weltweit einkaufen. Sie bekommen Kapital aus der ganzen Welt. Das Kapital aus der Welt soll nach Europa gelockt werden. Es gab einen zweiten, einen zweiten anderen, einen zweiten Vorteil, einen zweiten großen Vorteil, den der Euro brachte, nämlich er hat die Wechselkursschwankungen innerhalb Europas beendet. Schwankungen zwischen Franc, Gulden, D-Mark, Schilling und so weiter waren vorüber. Damit hatten Investoren quasi innerhalb der Eurozone eine Wertgarantie für ihr Kapital. Egal, wo sie innerhalb der Eurozone ihr Geld anlegten, der Wert dieses Kapitals war nicht mehr dadurch gefährdet, dass eine Währung abwertet. Das sollte gleichzeitig, wie immer gesagt wird, den europäischen Binnenmarkt vertiefen. Was womit ausgedrückt werden soll, dass europäisches Kapital ungehindert von Wechselkursschwankungen risikolos sich in der ganzen Eurozone anlegen kann, überall investieren kann, dass, was weiß ich, deutsche Unternehmen in Frankreich investieren, in den Niederlanden investieren, überall ihre Fabriken bauen oder sich einkaufen, sich über die ganze Eurozone ausbreiten, ohne in Gefahr zu laufen, dass Währungen abwerten und ihre Kalkulationen dadurch kaputt machen, dass europäische Firmen über diesen Weg wachsen können, größer werden mit dem Euro, mit der Eurozone als ihrem Heimatmarkt und darüber zu einer Größe anwachsen können, mit der sie dann eben auch weltmarktmäßig in der globalen Konkurrenz bestehen können. Das ist das Thema Transaktionskosten sinken innerhalb Europas. Gut, die Folge davon war, Europa sollte als Kapitalanlage-Standort, also für das heimische wie für das weltweit anlegende Kapital attraktiver werden, es sollte sicherer werden, das hat zu einem großen Teil funktioniert, sichtbarster Ausdruck davon sind, dass Kapital bzw. Kredit billig und reichlich verfügbar war, weil es nach Europa geströmt ist. Das zeigt sich an dieser berühmten Grafik. Es zeigen sich hier die Entwicklung der Zinsen auf zehnjährige Staatsanleihen, also sprich, was die europäischen Staaten für zehnjährige Kredite zahlen müssen. Man sieht, dass 1995 die Zinsen noch sehr unterschiedlich waren, die laufen dann zusammen und ab 1999 zahlen alle europäischen Staaten, alle Euro-Staaten nur noch denselben Zins, weil gesagt wurde, das sind doch alles Euro-Staaten, sprich, die sind alle gleich kreditwürdig. Für Griechenland kam das ein bisschen später, Griechenland ist der gelbe Strich, weil Griechenland auch erst später in die Eurozone eingetreten ist. Also der Euro hat Europa einen Kapitalzufluss beschert, hat sinkende Zinsen beschert, hat Kredite billiger gemacht, was ja nicht ganz unwichtig ist für eine Wirtschaft. Mit der Krise dann ab 2009 laufen die Zinsen wieder auseinander, aber das ist schon die Krise und darum soll es erst das nächste Mal gehen. Es gibt andere Zeichen dafür, an denen man sieht, wie sich der Euro weltweit durchgesetzt hat. Zum Beispiel, ja genau, das hier noch sieht man, mit dem Euro war es dann Staaten wie Griechenland, aber auch griechischen Unternehmen, italienischen Unternehmen, allen möglichen Institutionen innerhalb Europas möglich, sich billig zu verschulden. Diese neue Freiheit der Verschuldung haben die Europäer genutzt. Sie haben sich verschuldet in Euro, und der Euro hat sich als prima Instrument erwiesen, Kredit zu nehmen. Das sieht man an dem gestiegenen Kreditvolumen. Ich weiß nicht, da steht nur noch Plus, die 250 Prozent sind verschwunden. Das Kreditvolumen, also man kann hier einfach sehen, zwischen 2000 und 2009 ist das Kreditvolumen, also das Volumen an Anleihen, die auf Euro lauten, um 250 Prozent gestiegen. Das allein in neun Jahren, das ist wirklich sehr viel. Das heißt nichts anderes, als dass der Euro als Instrument, sich zu verschulden, gut funktioniert hat. Heute wird das beklagt, dass mit dem Euro die Zinsen so gesunken sind und alle sich so verschuldet haben. Das mag ja sein. Erstmal war das eines der wesentlichen Ziele, Europa attraktiv zu machen für Kapital, und das heißt eben auch für Kredit. Es gibt noch weitere. Hier sieht man zum Beispiel, was der Euro so leisten kann für die europäischen Unternehmen. Die Euro-Staaten, beziehungsweise die Unternehmen in Euro-Staaten, können für ihre Exportebezahlung in Euro verlangen. 67 Prozent aller Euro-Exporte bezahlen die Nicht-Euro-Länder in Euro. Das heißt, Nicht-Euro-Länder müssen sich massenhaft Euro besorgen, um Importe aus der Euro-Zone zu bezahlen. Das beschert dem Euro eine permanente Nachfrage, auch außerhalb der Euro-Zone, weil alle möglichen Staaten brauchen ja Euro, um damit ihre Waren aus Europa zu bezahlen. Der Euro kann noch mehr. Und die Euro-Staaten können nicht nur für ihre Exporte Euro verlangen, sondern sie können auch ihre Importe in Euro bezahlen, was nicht unpraktisch ist, wenn ein Unternehmen aus einem Euro-Staat in Kasachstan einkaufen geht, dann muss er sich nicht die lokale Währung besorgen, sondern er kann einfach in Euro zahlen. Und die Euro hat er immer. Und wenn er sie nicht hat, holt er sie sich einfach bei seiner Hausbank. Noch ein Letztes, um zu zeigen, was für ein dicker Klops der Euro geworden ist. Alle Staaten horten ja einen Schatz. Einen Schatz für Notzeiten. Die sogenannten Devisenreserven. Diese Devisenreserven bestehen aus verschiedenen Währungen. Hier sieht man vor dem Euro, wie sich diese weltweiten Devisenreserven von Staaten zusammengesetzt haben. Das war im Wesentlichen ein Monopol des Dollar. 74 Prozent der weltweiten Devisenreserven waren in Dollar. Abgeschlagen die D-Mark mit 15 Prozent. Und dann noch ein ganz bisschen Yen, Pfund und Franc. Das ist, in welcher Form die Staaten weltweit ihre Staatsschätze halten. Das hat sich verändert. Der Dollar ist immer noch vorherrschend mit 66 Prozent. Aber der Euro macht mittlerweile schon ein Viertel der globalen Staatsschätze aus. Sprich, der Euro wird weltweit gehortet als Geld, als Zahlungsmittel, als liquide Währung. Auch das sichert dem Euro eine permanente Nachfrage weltweit, weil Staaten ihn haben wollen, um ihn sich in den Tresor zu legen. So, das ist, was der Euro bieten sollte. Das ist, was der Euro bringen sollte. Eine große Währung, ein dicker Klops auf dem Weltwährungsmarkt, hinter dem einige der potentesten Staaten der Welt stehen. Er sollte dienen als Mittel, um Kapital anzuziehen. Er sollte dienen als Mittel, um das europäischen Regierungen, wie auch Unternehmen Kredit gegeben wird. Er sollte dienen als Mittel, dass wer Euro hat, weltweit einkaufen kann, weltweit investieren kann, weltweit Geschäfte machen kann, dass quasi die europäischen Unternehmen mit dem Euro ein Mittel in ihrem Portemonnaie herumtragen, mit dem sie alle Potenzen des Weltmarkts nutzen können. Und wenn sie nach China gehen wollen, dann können sie nach China gehen wollen, weil da wollen sie den Euro auch haben. Das war im Wesentlichen der Grund für den Euro. Das hat nicht so sehr viel zu tun damit, dass ein deutscher Tourist seinen Kaffee in Paris mit der eigenen Währung zahlen kann. So, hier haben wir noch einen Vorteil, den habe ich jetzt vergessen, einen Vorteil, den der Euro hatte, weil der Euro schon so ein dicker Klops geworden ist auf der Welt, weil wahnsinnig viele Euros herumfliegen und weil es eine derartig wichtige weltweite Währung geworden ist, hat ihm die Krise eigentlich nichts angetan. Wir sehen hier den Kurs des Euro zum Dollar von Beginn der US-Hypotheken-Krise. Dann über die Euro-Krise bleibt der Wechselkurs relativ stabil. Das kann man sich auch vorstellen, dazwischen, also hier ab 2010 gab es immerhin eine Euro-Krise, sprich der Bestand des Euro per se galt als gefährdet. Das hat dem Euro im internationalen Austauschverhältnis nicht groß geschadet. Der Euro ist mittlerweile schon viel zu groß, als dass internationale Investoren ihn einfach abstoßen könnten, weil sie wüssten gar nicht, wohin sonst. Gut, vor dem Hintergrund dieser globalen Bedeutung des Euro und dieser Bedeutung, die der Euro hat, auch für die europäischen Staaten, was heißt denn das jetzt? Was heißt denn jetzt eigentlich, scheitert der Euro, scheitert Europa? Andersherum gefragt, was scheitert, wenn der Euro scheitert? Sicher, Sarrazin hat wahrscheinlich schon recht, wenn er sagt, Europa existiert schon weiter ohne den Euro. Aber nun geht es weltweit ja nun mal um die Konkurrenz, auch um die Konkurrenz um Kapital, um die Konkurrenz um Marktanteile, es geht um die Konkurrenz um die Attraktion von Kapital. Und hier ist eben der Euro das erwähnte wichtige Mittel. Das wichtige Mittel, die europäischen Staaten sagen sich in dieser Konkurrenz, allein sind wir zu klein. Hier haben wir den Vergleich der Wirtschaftsleistung weltweit. Man sieht die USA als größte Wirtschaftsmacht der Welt, danach kommt China, diese Reihenfolge wird sich in den nächsten zehn Jahren vermutlich umdrehen. Dann kommen Japan und Indien und die Euro-Staaten auf sich allein gestellt. Hinten weit abgeschlagen, sie bringen getrennt nicht viel auf die Waage, das dreht sich um. Wenn man das gemeinsam betrachtet, die EU als Binnenmarkt ist der größte der Welt, dann kommen die USA und der Euro-Raum, hinter dem steht immerhin der zweitgrößte Wirtschaftsraum der Welt. Mit dem Euro hat sich Europa also eine Weltwährung gegeben. Sie ziehen damit in die Konkurrenz mit dem US-Dollar, weil der Euro ist ein Angebot an das Kapital der Welt, kommt nach Europa oder legt euch in Europa an, geht in den Euro und wenn ein Kapital in den Euro geht, heißt das auch, es geht nicht in den Dollar. Mit dem Euro haben sie sich eine Währung geschaffen, die tatsächlich mit dem Dollar konkurrieren kann, um den Status, oder zumindest mit dem Dollar konkurrieren möchte, um den Status eines weltweit gültigen Geldes, eigentlich des weltweit gültigen Geldes. Mit dem Euro zielt Europa also auf eine Erweiterung seiner globalen Potenz. Das wird auch ausgedrückt. Ein Zitat von Wolfgang Schäuble, das hat er gerade vor einer Woche gesagt. In unserer vielfältigen, vernetzten Welt wird sich kein einzelner europäischer Staat auf sich alleine gestellt, seine Interessen wahren und seiner Verantwortung gerecht werden können. Wenn wir nicht alle irrelevant werden wollen, müssen wir unsere Potenziale durch effizientere Organisation stärken. Das ist es, wofür der Euro taugen soll. Das ist es übrigens auch, womit geworben wird, wenn für den Euro geworben wird. Als letztes zeige ich jetzt noch, es gab jetzt in jüngster Zeit eine Werbekampagne für den Euro, da gab es verschiedene Anzeigen und da hat sich eben auch der berühmte Historiker Timothy Garten-Ash geäußert. Der sagt, in a world of all the new giants, China, America, India, Russia, Brazil, Europe needs to be a giant itself. Also Europa muss, um in diesem Konzert der Mächtigen mitzuspielen, immer dieses unpassende Bild aus der Musik, muss sich Europa zusammentun und für das bildungsbürgerlichere Publikum Helmut Schmidt, wir Europäer können im globalisierten Weltgefüge nur gemeinsam bestehen, nur gemeinsam werden wir unsere Werte von Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit, jaddi, jaddi, jaddi. Das sagt Helmut Schmidt. So, das ist also die Sachlage. In der Konkurrenz um Kapital und Kredit haben sich die Europäer zusammengetan, haben den Euro gegründet, weil sie nur gemeinsam glauben, bestehen zu können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eben, dass hinter dem Euro zwar der zweitgrößte Wirtschaftsraum der Welt steht, dieser zweitgrößte Wirtschaftsraum der Welt, man weiß es spätestens seit der Krise, ist jedoch keine Einheit, sondern ist es ein Sammelsurium von Staaten, von gegeneinander konkurrierenden, souveränen Nationalstaaten. Insofern ist die Gemeinsamkeit, die da immer beschworen wird, eine sehr bedingte Gemeinsamkeit, was letztlich den Widerspruch des Euro ausmacht. Aber darum soll es das nächste Mal gehen.